Hey Jungs, ich will da nix sagen, aber er fliegt ja perfekt übertiltet. Erst mal den Shifty-Runde, oder wie? Keine Ahnung, Digga. Mal schauen, wie die Runden laufen. Ich land für Main-Gebäude Scheiße, Digga, Red. Lass da mit L, komm. Ich glaub, die landen vor uns. Lass da mit L. Na, ich bin auch. Da liegt was Goldenes, Jungs. Eine Pistole. Okay, der hat auch schon gesnackt. Ist schon einer da, oder was? Ne, ne, ne. Wir sind hier die Einsting, komm. Nein, wir sind hier nicht die Einsting. Okay. Ein Arrow. Ja, das war's auch, unser Arrow. Boah, der kam so gut an. Drei, zwei, und? Haha! Oh, so. Ist der bei uns? Wo ist der? Ja, oben auf dem Dach. Achso, gut, okay. Da! Steal. So, okay. Oh mein Gott. Ne, APG. Ehrlich? Ja, und Minishill. Game gesaved, Leute. Minishill ist auch noch. Warte mal. Gönnt euch mal, ich hab's sowieso. Ja, aber lauf nicht wieder. Ich hab auch noch Minishills. Hast du Minishills? Ja, ich hab auch Minishills. Komm, Monte, ich geb auch ihn ein. Ich geb ihn auch ein. Komm her, Monte. Warte, hier. Achso, du hast auch... Ne, ich hab nur Schlafie. Du dummer F***er, Alter. Ja, ich hab Minishills. Komm mal her. Ja. Jungs. Nimm mal hier. Wo bist du denn? Die nehmen wir zwei, Monte und Elpin. Unter euch, Digga. Komm mal her jetzt. Ja, ich seh. Die nehmen nur ein, Monte und die nehmen zwei. Komm. Ja, warte, geh mal. Hier ist noch einer. Liegt noch einer. Hier, guck mal. Hier, hier, hier. Wir sind doch hier. Ja, 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 ja. Habt ihr noch einer, ja? Ne, ich hab nur Doppel Schalte. Ne, ich hab Minishills. Ne, ich hab Minishills. Ich leg sie mal hin. Okay, komm jetzt her. Dann lass direkt Main. Komm. Oh, Falle. Was auf, ne? Ja, ja. Achtung, das ist locker unten. Ja, ja, ist da. Upratspot. Auf der anderen Seite. Der wurde anders geholt. Hab zwei. Hab zwei. Hab zwei. Alles dann. Alles dann. Oh, die shit. Jungs, von den Dings haben wir noch einer. Warte mal. Ach, ich sehe noch. Die Shotguns sind in der Gold, ne? Ach, äh. Was, was? Die sind Shotguns. Ja, ich will mir erst mal, ich hab noch einen Big Baba. Ähm, einen großen. Bin noch einer Air. Hab den gar keiner. Aber hier. Moistie. Ähm. Digga, Red, die waren beide hier neben ihrer Falle und haben doof geguckt, Digga. Haben beide ein Headshot von ihnen kassiert, die Ediths. Oh, hier sind ein bisschen Schild, ne? Ah, Jungs, ich glaube, die bei Tram geworden sind welche. Komm mit. Bin hier. Die sind Wald. Rechts von dir, rechts von dir. Da, ja, Wald, Wald, Wald. Warte. Schlüsse, Schlüsse kommen rein, Reddy. Oder wo ist er? Wald. Zwei Leute, einer One-Shot, einer gut kassiert. Einer liegt. Einer noch hinter dir. Einer ist reingegangen. Einer ist reingegangen. Ja, hab ich gesehen, warte. Ja, sauber ist die, sauber. Warte. Hab ich. Sauber, Jungs. Oh! Oh mein Gott. Anders, Digga. Oh Gott. Oh. Oh. Erstmal kurz Medi-Kit. Ach so, ja, hier, BD. Oh Gott, ich hab mir so unnötigen Dämmig gegeben. Hehehehe. Ja. Die machen Auge auf uns. Ja, 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 ja. Die sind, äh, lass ich kurz gucken. Äh, eh, 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 eh. Ja, eh, 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 aber ich will gucken wo genau. Mann, hast du Dings da vielleicht? Ähm. Ich hab keine Mini. Äh, warte. Ne, hab ich nicht. Warte. Red, Red, links, links, links. Hinter dir hat noch einer, Red. Komm mal her, Jungs. Ah, ist er da. Tötet ihn mal bitte. Zwei sind liegen hier. Vorne müssen noch einer sein. Ich hab einen auch, einen auch genug. Gehst du diesen? Ja, 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 ja. Könnt ihr holen? Hab ich, hab ich. Easy kills, easy kills. Okay, können wir aufhelfen. Warte, nein, hier zwei ausgenutzt. Chill. Wie? Ja, können wir aber einer kann aufhelfen. Mach mal kein V-Mann jetzt, komm mal. Ich helfe dir auf. Wo bist du, wo bist du? Ah, hier kommt noch jemand. Ich helfe dir auf. Ja, mach ruhig. Ja, ne, ja, ich hab der MPG, warte chill. Okay. Er kommt jetzt links rum, ja, da. Zauber. Hab ich. Zauber. Warte oben. Help Red. Help Red jetzt auf. Okay. Der war nur ausgenutzt, ne? Ja, ja, ich hab ihn gefinisht. Red, ich hab noch Verbände. Ich glaub. Ich müsste eigentlich ein Kill mehr haben. Ich weiß nicht. Vielleicht ist da einen abgehauen. Warte. Hab die Rocket Moon. Jungs, check mal ab. Ich hab zwei Schossen ab. Die sind welche, oder? Ja, kannst du wieder droppen. Ja. Red, dropp mal deine ganze Rocket Moon. Äh, ja, hier. Hier ist jemand drin, Digga. Er wird doch aufgeholfen. Warte, ich geh mal nach oben. Hm. What the hell? War der Insta tot, ne? Ne, ne. Ne, ne. Er war ausgenutzt. Kann er in dem Haus ja so mit, oder? Oh Gott. Oh, die Granaten sind ja anders am Start hier. Sind das gegen uns, die Granaten? Ja, ja, nochmal. Ich denk schon. Wer werft hier denn sonst? Einer ist hier Dingens. Äh, in den Laden oben, glaub ich. Oh Gott. Oder hab ich mir, glaub ich, noch hingebildet. Ich weiß es nicht. Da ist noch einer. Doch, doch. Der hat doch Granaten auf uns geschmissen. Der baut hier auch. Der baut hier auch, Jungs. Ist der hier drin im Haus, oder wie? Ja. Ja, ja. Irgendwo noch eine Kiste. Irgendwo muss hier noch einer sein. Die Granaten kamen doch auf uns. Ja, nochmal. Ich hab vom, äh, Hochhaus. Nein. Sicher? Doch, doch. Nochmal, da. Hochhaus? Welches Hochhaus? Rechts, oder was? Nein, nein, nein. Hochhaus, aber Dings, dann nicht hier. Warte, hier vor mir, vor mir. Eh, Jungs. Erste, äh, zweite oder dritte Etage. Wie, also doch Bricks, oder was? Ja, Bricks. Ja, aber, was los? Dann lass reinpushen. Nein, 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 nein. Jungs, Jungs, ist auch einer von der SE nochmal. Die schießen da auch auf B-Nut. Ja, komm jetzt, Fili. Bin dabei. Ja, die sind hier, die sind runtergegangen. Die haben, die haben ihre Powerposition verloren. Die sind runtergegangen. Na ja, moin. Die haben sich rausgegeben, die bauen sich raus. Ready? Ja. Glaub ich. Ja. Bin hinter dir, ready? Wo sind die, wo sind die Fotzen? Weiß ich nicht. Hä, wo, wie schnell können die denn weg sein? Ich höre hier Steps. Die rennen einfach. Warte, ganz ruhig, ganz ruhig. Bleib mal ruhig. Ich glaube, die sind hier in den kleinen Shopping Mall, hier rechts. Ja, wo habe ich gerade... Ich habe irgendeinen mit Falle gekillt. Äh, Red, Red, komm mal her, komm mal her. Red, 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 Red. Okay. Danke, Bro. Ich habe irgendeinen mit Falle gekillt, auf jeden Fall. Insta-Dead? Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht genau. Habt ihr irgendwas blaues? Habt ihr irgendwas blaues? Nee, gar nichts, gar nichts. Drü... Drü... Drüben bei Dings. Ja, komm. Drüben bei Wann. Drüben bei Wann. Ja, dropp mal. Oh. Hier vor uns müssen welche sein. Oder? Ja, komm, dann lass mal nach hinter uns gehen da. Da, wo die die ganze Zeit Schüsse gemacht haben. Ey. Kommt. Ich glaube, Gegner bei 105. Oben. Ja, nochmal. Oben. Ich habe doch schon vorhin gesagt, dass da oben welche sind. Ich habe jetzt die IDAR, wo die da... Ach, von da haben die geschossen. Das ist doch nicht Bricks. Nein, nein. Nicht von dort. Das waren drei. Von Bricks und von hier. Wo, hier in dem Gebäude oder oben vom Hill? Hier oben. Oben, oben vom Mill. Rechts von uns. Jetzt der große Hill? Die haben da auch alles abgeholzt, die Schweine. Wie viel Material habt ihr, Jungs? Ja, 95, 90. Red, kannst du mal einen 50er stack? Ich habe gar kein Holz. Sofort. Ja, hier Jungs, die bauen, die bauen, die bauen. Hier unten, komm mal mit. Ja. Geh sofort. Einer hat auf mich geschossen oder wollte auf mich schießen. Ja, die hauen gerade ab, ne? Noch einer. 35er Schaden. Ja, ja, ich habe ihm das zweite gegeben. 2x48er. Weiß, 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 weiß der Schaden. Unten noch einer. Eine liegt. Da unten noch einer, ja, und. Hab ihn ausgenockt. Komm. Lass hochpushen. Hab ihn down. Warte, oh. Oh, die Munition. Ja, danke. Ja, moin. Schütter auf mich, von vor, vor mir, vor mir. Ja. Ey. Warum baut der nicht? Hallo. Digga, was ist das für ein Bug hier, Alter? Ganz komisch. Von links war ich noch angeschossen, Digga. Hinter uns sind auch noch welche. Ja, ja. Kommt jemand jetzt mit hoch? Ey, 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 ey. Oh, One-Shot. Ich bin dran. Ich bin dran, Freunde. Oh, man. Jungs, ich bin dran. Aber die ist One-Shot, die ist One-Shot. Hab ich. Okay. Von hinten noch welche, ne? Alter, der hat hier eben nicht die ganze Zeit gebaut. Nein, das hast du gebaut. Stih, komm jetzt schnell. Hast du die Boggybomb mitgenommen, du Sauna? Hab ich gesehen? Ja, hab ich da gar nichts mitgenommen. Ich scheiße, komm. Hinter uns sind noch welche, ne? Ich würde dir empfehlen Tampa, Monte. Tampa ist auch gut. Ja, ja, warte. Aber ich habe keine Tampa, nur drei Schuss. Hast du noch Schuss? Ich weiß, wie weit die Sauna ist, aber ich muss, glaube ich, weiterrennen. Lass mal, lass mal rennen, Monte. Oh mein Gott, die ist auch wirklich, ich weiß. Ich renne noch mal mit einer grauen M4 rum. Also, save mich und noch eine grüne und eine blaue. Digga, das ist Ripperino. Naja, aber, ja, ne, Digga, das ist, das ist ganz schlecht. Trampo, hab ich ein Trampo? Ne, ich habe kein Trampo. Ich habe aber zwei Dings da, ich habe zwei Medikits. Ich habe zehn Verbände, ein Medikit. Ja, was hast du mit unserem Leben? Was? Ne, das schafft man, glaube ich, noch. Schaff ich's noch direkt? Ja, ja, schaffst du. Ja, das bluten. Schaffst du? Stih, mach schon mal eine kleine Base und mach ein Lagerfeuer schon mal dann ready. Na, na, na. Warte, jetzt. Ja, mach schon mal da unten einfach, dann könnt ihr da raufchillen noch. Mach da runter einfach, Stih. Ja, okay. Komm mal her, Monte. Ja, ihr könnt da chillen. Du kannst da unten machen. Ihr kriegt trotzdem Lagerfeuer. Ja, ich brauche noch ein paar Verbände. Warte doch, genau. Genau. Noch nicht, Digga, chill. Monte muss auch verfallen, dass wir auf 100% safe müssen. Oh mein Gott, ich hätte Jumphead gehabt, Digga. Egal, ist ja nicht schlimm. Nein, hab ich nicht. Hahaha. I can't really be friends. I can't really be friends. Nee, das ist dann gut. Hast du Lagerfeuer gemacht? Komm mal, komm mal. Lass mal hier auf den Dings da rauf. Du kannst da rauf auch, Monte. Ja, egal, ist doch scheißegal, Digga. Ich hab keinen Bock mehr, Stihl da oben zu chillen. Ah doch, Jungs, der Dings da, äh, warte mal. Äh, hier, N15. Ist da eine Base, oder was? Nee, nee, da war grad ein schwarzer Ritter, aber vor mir ist noch jemand. Ah, ich seh's. Willst du schießen? Oh. Getroffen. Knacksch. Tütti, Monte. Los, los, los. Zwei, drei Hits, Monte, komm. Den kriegst du. Ja, 33er Schaden, nochmal der Linke. Komm, lass runter. Oh, aua. Ah, ja, Moin, 64er. Äh, das war's wieder mit meinem Leben komplett. War's natürlich wieder mit dem Lagerfeuer. Einer sagt, mit der Spitzhacke ist man schneller. Die meisten schlemmen das. Echt? Ja, mit der Spitzhacke ist man 10% schneller. Links von uns auch. Hast du das? Der schießt? Nee. Links werden auf dich geschossen. Echt? Hier ist jemand. Close. Ja, nochmal vor mir. Vor mir ist jemand. Eingenockt. Weiter, 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 weiter. Vorne in der Base ist noch einer. Ja. Habe ich Natchez gegeben, der weiter auf anderer Basis ist. Hier Dings der Angel. Puss, puss, puss. Angel rein. Habe ich beide. Achso, tschüss, Digga. Guck, guck schnell, ob die noch irgendwas haben, die Fotzen. Guck mal nach Minishield. Ich suche einfach nach Minishield. Ja, Minishields haben die aber nicht, Digga. Wir haben gar nichts. Die Idioten. Egal. Oh nein, ich hätte noch Verbände mitnehmen können. Egal, scheiß drauf. Egal, egal. Ich habe Medikids und... Ah, ne, da hab ich kein Lagi mehr. Vor uns war ein Schussmonte, da ist auch eine Burg. Oh, good! Nice, Steely, Digga. Wann kennt ihn, Digga? Sniper! Der Master, Digga. In der Station da vorne? In der Burg oder was? Ja, ja, ja. Jetzt müsst ihr richtig voranpushen, Digga. Und hast du Tampa-Munition noch? Ja. Mast du gleich reinpfeffern, ne? Schön reinpfeffern, aber schön ordentlich aimen, dass es richtig reingeht. Warte, ich muss noch ganz schnell einmal durchsortieren, so. Soll ich? Äh, ja. Nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Nein, 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 weiter. Weiter, fahr rein. Ab, ab, ab jetzt, los. Jetzt, 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 reinhauen, reinhauen. Wo sind die? Die sind die gar nicht. Die sind hier nicht. Die haben Trampo geused, Jungs. Okay, okay, dann nimm Trampo mit. Nimm auch Trampo. Warte, warte, warte. Wir sind doch in der Zone, Digga. Warum sollen wir jetzt Trampo usen unbedingt aufkramt? Krach. Ist das schon gestorben direkt, oder wie? Ich hab den Headshot gegeben. Ne, ne, ich erst nicht. Ne, ne, jetzt nicht. Nur Knockout, war der nur Knockout? Ja. Da hat er in dem 4. Ja, noch einmal die komische. Die sind unten links. Siehst du die? Die sind unten links. Aber der Papa kommt nicht an. Ne, ne, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die sind unten links. Die, ne, auf 330 ungefähr. Snipe die mal. Snipe die mal. Die stehen da oben. Hier links, links, links unten, links unten. Ja, ja, genau. Siehst du die? An der Burg da? Ja, genau da. Die laufen da jetzt den Berg runter. Warte, warte, warte. Warte, warte. Nochmal, das war nicht ganz sauber. Steal, komm, nimm mal eine AR langsam. Das reicht. Das reicht. Die sind down, die sind down. Okay. Schau mal, Digga, Red Digga. Wie? Die sind nicht down alle. Die bauen doch da vorne, Digga. Nein, nein, die, die. Warte mal. Vorne bauen die. Vorne, hier. Am Loot Drop. Am Loot Drop, Digga. Ach, da meinst du, okay. 35er Schaden. Nochmal Schaden. Ja, der eine von mir ist down. Ey, der eine von mir ist down. Ach so, der ist down. Wo ist der andere? Warte, nein, den ich hier gesnipet hab. Der war noch immer hier irgendwo. Really? Ja, ja. Der eine ist noch hinter der Mauer da, oder? Ja, ja. Wir werden auch von links gesnipet, Digga. Hab ihn getroffen, hab ihn getroffen. Den einen, den einen. Ja, links werden auch gebaut. Wir sind hier. Ich komm mal ganz kurz. Wo genau links? Links an der Burg. Ich schau mal ganz kurz, ob hier der Typ hier irgendwo gestorben ist. Nee. Oh. Soll ich nochmal machen. Soll ich nochmal machen. Soll ich nochmal machen. War so hart drauf eigentlich. Ein bisschen Höhe glaub ich noch. Ah, warte. Hat mich Sniper statt gegeben. Alter, warum kann ich hier jetzt nicht bauen? Hier vorne liegt noch ein Medikits, Digga. Ja, ja. Ich geb mir grad einen. Die machen Annas Auge. Ja, wir sind gut in der Zone. Oh, die pushen. Ja, die pushen. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's mit Chat. Einer sitzt im Bus. Haha. Ich seh's pushen. Oh mein Gott. Er hat grad so Glück gehabt, dass er gerade gebaut hat. Vor uns ist irgendwo schon close. Ja, ja, ja. Schwarzer Ritter. Schwarzer Ritter. Ja, ja. Wie viel Rocket Monaster monte? Sieben. Okay. Warte, ich komm zu dir. Links rum ist auch nochmal einer. Ja, ja. Links noch einer. Oh, ganz knapp, man. Wie viel Ressourcen hast du da monte? Äh, 900 Holz. Okay. 900? Oh, ja, moin. Das war's komplett, Digga. Ich bin runtergerutscht. Bitte haben wir's nicht gesehen, Digga. Oh, holy shit, bitte. Macht kein Auge, Jungs. Ich halte dich schon davon ab. Ich muss gucken jetzt, wo die Zone weitergeht. Oh, okay. Ah, sind drin. Ist Trampo noch intakt? Ne, ne? Ich hab noch, ich hab noch einen Trampo. Ja, den können wir gleich auf jeden Fall gebrauchen, noch. Der, der ist runtergejumpft. Brauchst gar nicht versuchen, Monte. Kommt gar nicht an. Behalt die Munition. Oh mein Gott, von links nach Andy. Der Rest ist noch einer einzeln, ne? Ähm. Das sind zwei. Von Andy. Oh, komische Treppe baut sich wieder von alleine nach links. Wie heißt die, die bekriegen sich da? Warte, ich hab noch Trampo. Warte, 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 warte. Ich baue mal das Trampo schon mal auf. Ah, okay. Äh, momento. Komm. Ich denke, ich glaube, wenn wir die zwei anderen da wegs nicht hätten. Ne, die sind ja hier drinnen, die sind ja hier drinnen. In dem Haus sind die hier. Die sind hier drinnen, Digga. Ja. Warte, man sollte bei dieser blaue Haare. Bei mir, bei mir, bei mir. Das ist so volles Ding. Ich hab's gesehen, hab's gesehen, hab's gesehen. Keine Sorge. Jetzt so. Rocket Langer. 5, 4, 3, 2, der kommt nicht so gut. Boah, knapp. Nein, 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 nein. Keine Sorge. Die pushen, die pushen, die pushen. Die pushen. Kann die ruhig machen. Ich muss mir Medi geben, Digga. Anders geht's nicht. Oder? Zili? Egal, ich hab ihn einfach geholt. Ich muss ihn holen, Motte. Ich hab ihn einfach geholt. Scheiß drauf. Ich hab auf mich geschissen. Ich bin zwar tot. Noch einer, Motte. Noch einer. Geh in die Zone rein. Motte, du musst machen, Motte. Du musst machen, Digga. Ich muss ihn grad holen, Digga. Das war safe. Das war wichtig. Komm. Leute. Er hat gestorben. Geh in die Zone rein, Motte. Schnell. Motte, in die Zone. Du kriegst ein Megadimisch. Jaaaaah. Jaaaaah. Anders, Digga. Anders, Digga. Anders, Digga. Hahaha. Ich wollt's spannend machen, Jungs. Ich wollt's spannend machen, Digga. Nein, nein, nicht Digga. Digga, eine Sekunde mehr, du bist Deppnis, Alter. Ja, mach gleich. Digga, Digga, Digga. Ich hab da nur ne Affiliate gehabt. Ich muss mich grad da selber opfern, Digga. Weil das wäre ja dann auch rausgekommen, Digga. Digga, was für ne Round. Wie viele Kills hattet ihr, Jungs? Ich hatte sieben. Sieben? Wie viele hattest du? Ich hatte sechs. Sechs? Ja, Moin. War doch trotzdem ne gute Runde, Alter. War auch schon lustig, Digga. War schon lustig, Digga. War gegen das Ende, Digga. Ich fühl diese Endfights, Digga. Wenn solche Enden haben... Easy Upload, Easter, Digga.